Was ist die klassische Antwort des Unternehmers? Ich erwarte von einer Regierung, natürlich auch von der neuen Bundesregierung, dass sie ausschließlich Rahmenbedingungen schafft, die guten des Wirtschaften möglich macht. Und ich erwarte, dass sie sich möglichst aus den Steuerungen heraushält und das denjenigen überlässt, die es am besten können. Und das sind in aller Regel die Unternehmer in der Wirtschaft.